Ja, so einen zweiten Puma. Und dann muss ich nur noch das dritte Portal Ding da haben. Puma, Puma, Puma. Ja. Da kommen wir ja nicht hoch, wa? Komm ich da hoch? Muss ich hier außen rum laufen. Das war doch erst da hin. Jetzt kommen sie hier alle. Jetzt kommen ja schon wieder so viele Gegner. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich zusammen rum. Hier ist so ein Typ da, der schießt auf mich. Ich will einfach nur den einen Typen da treffen. Oh, die Fähigkeit, die war ein bisschen doll gerade. Ich will nochmal Wasser trinken hier. Oh ne, sie sind getroffen. Einen schweren kriegt man aber. Ich wollte auch gar nicht gegen die hier kämpfen. Wenn du dodge, geht das immer wieder los mit dem Heal. Das verstärkt die Fähigkeiten. Also es waren ja jetzt nur vier Mobs. Aber es hat immer einer heimlich von hinten geschossen. So, was wir machen? Suche in Truhen. Okay. Ich sehe ja keine Truhe. Da schießt du auch so richtig schön immer vorbei. Schon wieder. So. Oh, was gibt es denn hier für hübsche? Blaubeerstrauch. Ich glaube, von fünf Schüssen habe ich gerade einen getroffen. So, hier ist noch eine Kiste. Aber ich weiß nicht, wo die andere dann ist. Achso, der Brunnen, glaube ich, ist das ja. Guck mal, ist halt nicht ein anderer. Ist halt nicht nett. Ist der nicht nett. So. Jetzt dürfen wir Schluchten Puma darf ich fangen. Gucken, ob ich die überhaupt häuten darf. Wollten wir nicht die Hauptquest machen? Ja, ich habe die gleich mit, äh, jetzt rein gepackt und die sind auf dem Weg. Achso. So. Darf ich den nehmen? Na klar. So. Lebenstab level up. Oh. Weiß. Eine zweite Fähigkeit. so den ersten puma habe ich aber jetzt mittlerweile laufen ja glaube auch nicht mehr ganz so viele leute ganz am anfang in den gebieten rum so geht es hat definitiv leerer als gestern ja weil viele jetzt wahrscheinlich dann auch wegen der hauptquest schon ein bisschen weiter sind und zerrt sich das sind dann eher im london unterwegs war hier gerade ein kaninchen war nur ein stein sonst rennen doch hier durch die wälder auch immer so viele kaninchen hier ist irgendwie gar keins sehe hier auch und wie kein puma angeblich da ist er hier so waldlandrehe im geizten mal bis dann hatte ich dann noch ein paar fraktionsquests auch gemacht dann sollte ich hier mal so eine rehe ja die sind nervig wenn du nur namens zum zweiten puma und dann wusste ich nur noch das dritte portal ding und wie habe ich das gefühl das war der gleiche puma der vorher da auch gespawnt so renn du mal weg das ist ja kein puma sehr sehr komisch was und hier nur bis bonn oder eine puma oder heute hat doch hier gerade doch wolf und bären und du bist in meiner nähe kann das sein ach nee da hat einer das rei getötet weil ich gerade xp bekommen habe für die waffe aber da wo ich bin da kommen hasen was erst brauchen die hasen immer wo bist du denn ohrkulbenschwemmer sind wir sind gar nicht in der gruppe ist dir das mal aufgefallen da hinten müssen du bist schon auf dem weg zum fischer aber ich habe schon in der nähe da kommen jetzt aber wieder zur stadt zurück weil ich einen haufen zeug abgeben kann und wo muss ich wollte eigentlich haben suchen das war meine eigentlicher plan da ist ein puma gewesen da ist auch ein puma mal xp bekommen frechheit falls das überhaupt ein puma war so hier ist eine andere landmarke dann zählen die wahrscheinlich nicht mehr und das hier puma getötet aber nicht geschlachtet ganz großes kino das ist mir auch noch nicht passiert dass ich erst mit dem häuten fertig war und dann noch einen töten muss so so und da kannst du ja nicht mehr mit angucken wenn du da mit einem halben lebensbalken rumrennt oh da ist ja ein puma das coole ist er kann den sogar nehmen ich brauch den nicht wenn er den nicht nehmen will dann wollte ich den natürlich noch ja ich brauch noch ein paar leihen fünf stunden wie viel brauchst du denn dann hab ich die tasche dann bist du hier für die umhänge tasche ja ja aber ich hab es gleich fertig ok weil also hampf habe ich glaube auch noch richtig viel so so da oben ist es so so dann müsste ich bin ich gleich mit der quest auch auf deinem level aber schon krass dass das das hier level 4 und du hast einfach mal durch das neben quest und einfach durch das sammeln sich level drüber ja das stand ja auch von den foren dass du durchs sammeln ein level machen kannst richtig gut ja ja das gibt es irgendwo ja das eisen holt der uns ja wirklich angreifen so was maraudeur kompanie esir vimur sucht über 18 jährige na da können wir leider nicht mitmachen ne da sind wir zu weit drüber es ist immer noch kein gebiet eingenommen ne ist schön bitte ist gut warum wir stärker werden und können uns irgendwann ein gebiet klar machen wir beide das klingt nach dem plan ja aber wenn ich hierzu windkreis komme dann geht das mal ein bisschen dass mit